kann ich das jetzt noch bauen und dann bringt mir das mal was nee wenn es schon ist dann geht es nicht mehr du kannst dich mal vorsichtshalber hinstellen ja jetzt kannst du mal hinstellen damit du wenigstens mal was hast ich reise jetzt hier alles ab in der stadt jetzt bitte nicht über meine feuerwehr dazu das war ganz gemein so schön wie die autos da alle noch im stau stehen immer noch dran freifahren gut die nicht okay es wirklich doch ein bissel zumindest fliege sie grottische luft aber wir wirst doch habe ich noch gar nicht also ich auch ich will diese ganze transporte um wieder hoch fliegen hui hui ich bin gesteckt luxus city guck mal ob das auch noch hier überhaupt schon zu spät ist Oh, Tornado, wo ist denn der? Da war der Feuerwehr links Relativ im Eingang, jetzt ist er weg 15 drüber Oh, hält sich ja noch an Grenzen Bin denn gar nicht? Aber es ist echt cool, wie die da wieder die ganzen Autos in dem Kreis da stehen Und kein Stau entsteht, alles grün noch Ja, wenn es vorne ist gerade ein bisschen Stau Ja, aber besser als manches anderes hier Okay, also ich wollte gucken, was dieses Glücksspiel-Dingplaner bringt So, ich reiß mal weiter meine Stadt ab Aber die Spielzentrale haben wir doch schon in der Umgebung Ich könnte die in meiner Stadt da drüben bauen Wenn du die brauchst Wenn, dann brauch ich das selber Ich brauche noch irgendein Wahrzeichen vielleicht, ja Ich habe die Freistator und das Empire State Building, glaube ich Bauen wir ein Kölner, du Das passt ja auch, da würde es sogar hinpassen Komm, das passt überhaupt nicht ins Bild, ist mir jetzt aber scheißegal Zack So, liebe Leute, hier sehen Sie den Kölner Doom Kannst du schon mal angucken, wie es aussieht, damit ich es weiß in zwei Wochen Warum bist du denn in Köln? Ja, wenn die Gamescom ist Ich bin auf der Gamescom Achso Und zwar Genau heute in zwei Wochen Lauf ich jetzt noch auf der Messe rum Aber machst du ein paar Vlogs, ja? Ja, irgend sowas Ein paar Gameshoes, ein bisschen was für das Ultimate Ah, die gucke ich mir auf jeden Fall an Weil ich habe mir einen Abenteuer-Trip dorthin, ich fahre mit dem Zug Ist doch gut, oder? Ja, hab mir gedacht Oh, du hast ja keinen, es hat keine richtige Lust mitzufahren oder keine Zeit Fährst du mit dem Zug mal Ja, ist doch cool mit dem Zug Mittwochs hin, Freitag zurück Ich glaube, vor sechs Stunden oder so Wohnst du irgendwo in Chemnitz? Sachsen, Chemnitz Ja Hinzu geht es nach Nürnberg erst Dann über Frankfurt dahin Rückzug geht es über Frankfurt, Erfurt und Leipzig nach Chemnitz Ist eine schöne Runde So, bringt mir der Dom jetzt was? Da sind 260 Minus Leute, ich bin sauer Ich habe es mir in der ganzen Stadt abgerissen Das hat voll Spaß gemacht Jetzt kann ich nochmal neu anfangen Ja, ist das sicher? Nein, guck dir die Strahlung an Hier ist alles verstrahlt Hier siehst du, wo die zwei Atomkraftwerke standen Ich habe jetzt ein nobles Casino gebaut Ja, das macht glaube ich ganz viel Minus Das haben wir sehen Und ich habe nur eine Straße hier Jetzt gerade gebaut Und die ganzen Autos fahren alle immer so Nur so im Kreis rum Ich glaube, das Bild lasse ich jetzt fünf Minuten so stehen Hier Wie komme ich hier weg? Wie komme ich hier weg? Ja, ich kann nur im Kreis fahren Hilfe Bin schon mal gespannt, ob das Ding hier auch nicht Profit macht Ich bin zumindest mit Geld schon mal nicht und Minus Das ist gut Ja, sehr gut Die Gefängnisse sind fast voll Ich glaube, ich mache das andere Polizeirevier wieder auf Ja, hat schon mal 8.370 Minus gemacht Aber das läuft Das, was das Minus macht, hol das andere kleine Casino wieder raus Das geht schon klar Ja Oh, ich habe die Wassermeer Willst du die Versorgerstadt da drüben haben? Was soll ich mit der? Also die ist komplett abgerissen, da ist nichts passiert Ich will sie nicht Wenn du jetzt irgendeinen neuen hast, der komplett neu ist bei SimCity so Ja, ich habe ja noch eine Stadt, die ist mitten im Gebiet Kann Strom und alles sowas haben Im T-Divis ist total verstrahlt die Stadt Ja, warte mal Wenn du jetzt die Stadt verlässt, bleibt denn die Strahlung? Können wir gerne mal ausprobieren Das wäre mal was Interessantes Hast du da jetzt irgendwas noch drinnen stehen eigentlich? Ich habe jetzt alles abgerissen Wenn du jetzt die Stadt verlassen tust Genauso wie sie ist Mit allem was drin ist Ob denn die komplett gelöscht wird Oder ob die Also wenn eine neue kommt Jetzt mit dem Spielstand von dir weiter macht Oder eine neue Stadt komplett gründet Wo nichts drin ist Doch der macht dann glaube ich weiter Aber ich kann ja mal Ich baue mal eine Straße komplett rein hier Ja baue mal irgendwas noch rein Wie verlasse ich die jetzt? Da muss ich erst ins Hauptmenü ne? Gehen wir zurück ins Hauptmenü Wie heißt denn unsere Region wo wir spielen? Walhalla Welche Versorgerstadt ne? Verlassen So habe ich verlassen Na saut das kurz bestimmt Ich besuche deine Stadt mal Weil die Versorgerstadt Ich komplett leer eigentlich Da kannst du mal ne andere Stadt bei dir laden Mal sehen ob du siehst ob die jetzt frei ist oder nicht Ja warte ich habe wieder baden Jetzt habe ich ein Ladebildschirm 60 Frames Unter dich ein Ja das variiert dann mal ein bisschen Oh ich habe eine Fliege bei mir Gehst du weg Nicht auf meine Hand setzen Nicht auf meine Stirn setzen Ärger Das ist bestimmt so eine Drohne irgendwie Die beobachtet mich Ne ich kann die Stadt jetzt wieder beanspruchen Wieso ich könnte die wieder beanspruchen Bei mir lädt das gerade verdächtig lang Ich habe dich mal zu der Stadt eingeladen Aber eigentlich müsste das alles so da bleiben Sonst wäre es ja kein richtiger Simulator Ich meine wenn jetzt irgendein Bürgermeister irgendwo ne Stadt baut Scheiße baut und dann der aus dem Amt geht Die Stadt leer wird Bleibt ja hartstimme alles stehen Und die Strahlung leppen Du kannst ja wirklich sagen Gut starte dich die Stadt hält neu Ja Ich glaube das geht nicht Ja kannst ja gerne mal ausprobieren Ja wo ist das gerade bei mir Versorgungstatt Naja Hätte ich das doch nicht gemacht Versucht jetzt was zu leuten Wahrscheinlich geht das